Das Schützenfest in Nottingham Schlechte Nachrichten reisen immer viel schneller als gute, und so erfuhr der Sheriff bald, dass die Leute noch mehr als vorher über ihn lachten, weil er einen Kesselflicker mit dem Haftbefehl zu Robin Hood geschickt hatte. Nichts ärgert einen Mann mehr, als wenn man sich über ihn lustig macht, und so sagte der Sheriff wütend, »Unser edler Herr und König selbst soll erfahren, wie diese Bande sein Gesetz missachtet, und den Kesselflicker, diesen Verräter, lasse ich vom höchsten Galgen in ganz Nottinghamshire baumeln, wenn ich ihn erwische.« Dann befahl er seinen Dienern, alles für eine Reise nach London zum Hof des Königs vorzubereiten. Zwei Tage lang glühten die Schmiedefeuer von Nottingham bis tief in die Nacht, und alle Schmiede in der ganzen Stadt waren damit beschäftigt, Rüstungen für die Eskorte des Sheriffs zu schmieden und zu flicken. Am dritten Morgen brach der Sheriff mit seinem Gefolge auf. Sie ritten zwei Tage lang, ehe sie in der Ferne die Türme und Welle der großen Stadt London auftauchen sahen. Unterwegs blieben die Leute am Wegrand stehen und bewunderten die schönen Pferde mit dem prächtigen Zaumzeug und die Reiter in den glänzenden Rüstungen. In London hielten König Heinrich II. und seine Gemahlin, Königin Eleanor, Hof inmitten von eleganten Damen und Herren in Samt und Seide und Goldbrokat. Der Sheriff von Nottingham wurde vor den König geleitet und kniete vor ihm nieder. »Oh, mein edler Herr und König, im Sherwood Forest, in eurer Grafschaft Nottinghamshire, haust ein kühner Brigand, den die Leute Robin Hood nennen,« begann der Sheriff. »Sogar unsere königlichen Ohren haben schon von seinen dreisten Streichen vernommen,« antwortete der König. »Er verstößt gegen unser Gesetz, aber er scheint ein lustiger Bursche zu sein.« »Edle Herr und König, ich habe ihm ein Haftbefehl mit eurem eigenen Siegel geschickt, aber der Bursche hat den Boten verprügelt und ihm das Pergament aus dem Sack gestohlen. Er wildert in euren Wäldern und raubt eure Untertanen am helllichten Tag auf den Landstraßen aus.« »Und was soll ich dagegen tun?« fragte der König ärgerlich. »Du kommst mit schwer bewaffnetem Gefolge an meinen Hof und wirst in deiner Grafschaft nicht mit einer Bande Wilderer fertig, die nicht einmal Schild und Rüstung besitzen. Soll ich mich etwa selber darum kümmern? Bist du mein Sheriff oder nicht? Gelten meine Gesetze nicht auch in Nottinghamshire? Reit nach Hause und überlege dir selber, was du tun musst. Wenn du nicht dafür sorgen kannst, dass meine Gesetze auch in Nottinghamshire geachtet werden, dann bist du nicht der richtige Sheriff für mich. Und es wird dir genauso übel ergehen wie den Burschen im Sherwood Forest. Wenn die Flut hereinbricht, schwemmt sie das Korn mit der Spreu davon. Merke dir das!« Der Sheriff bereute es, dass er so zahlreiches Gefolge mit nach London genommen hatte und machte sich tief betrübt wieder auf den Heimweg. Während des ganzen Rittes sprach er kein Wort mit seinen Leuten. Erst kurz vor Nottingham schlug er sich plötzlich an die Stirn und rief erfreut, »Oh, ich hab's!« Und noch ehe vierzehn Tage verstrichen sind, liegt Robin Hood im Kerker von Nottingham. Was plante der Sheriff? Wie ein Geizhals einen Silberling nach dem anderen aus dem Säckel nimmt und jede einzelne Münze sorgfältig betastet, um festzustellen, ob sie echt oder falsch ist, So hatte der Sheriff, als er langsam nach Nottingham zurückritt, jede einzelne Idee geprüft, sie nach allen Richtungen gedreht und gewendet und an jeder Idee irgendeinen Fehler gefunden. Doch zum Schluss fiel ihm plötzlich ein, dass Robin Hood manchmal tollkühn und unverfroren bis nach Nottingham hineinkam. Da beschloss der Sheriff, ein großes Schützenfest zu veranstalten, einen kostbaren Preis auszusetzen und den kühnen Räuber so in die Stadt zu locken. Kaum war der Sheriff in seiner Burg angelangt, da sandte er reitende Boten in alle vier Himmelsrichtungen aus und ließ in jedem Weiler, jedem Dorf und jeder Stadt der Grafschaft das Schützenfest in Nottingham ankündigen, bei dem der beste Schütze einen Bogen aus reinem Gold erhalten sollte. Robin Hood erfuhr diese Nachricht in Lincoln. Er wanderte so schnell er konnte zurück zum Sherwood Forest und rief seine Gefährten um sich. »Hört, welche Neuigkeiten ich aus Lincoln mitbringe. In Nottingham soll ein großer Schützenwettkampf stattfinden und der erste Preis ist ein Bogen aus reinem Gold. Den müssen wir gewinnen, denn unser Freund, der Sheriff von Nottingham, stiftet ihn. Spannt eure Bogen, spitzt eure Pfeile und wir gehen nach Nottingham. Was sagt ihr dazu?« Da meldete sich der junge David aus Donkester und warnte, »Ich komme gerade von unserem Freund, dem Wirt vom Blauen Eber. Dort habe ich auch von diesem Wettkampf gehört. Aber der Wirt hat erfahren, dass der Sheriff das Schützenfest nur veranstaltet, um dir eine Falle zu stellen und dich nach Nottingham zu locken. Deshalb bitte ich dich, geh nicht dorthin. Du bist ein guter Junge, der Augen und Ohren offen und den Mund zuhält, wenn es darauf ankommt, antwortete Robin Hood. Aber soll der Sheriff von Nottingham sagen können, dass er Robin Hood und die sechzig besten Schützen von ganz England eingeschüchtert hat? Wir müssen nach Nottingham und den Preis gewinnen und List mit List begegnen. »Hört zu! Ihr verkleidet euch als Bauern, Bett und Mönche, Kesselflicker und anderes fahrendes Volk und mischt euch unter die Zuschauer. Ihr nehmt eure scharfen Schwerter mit. Ich schieße um den goldenen Bogen. Und wenn ich ihn gewinne, hängen wir ihn hier an unserer schönen alten Eiche auf, damit wir uns immer daran freuen können. Seid ihr einverstanden?« »Ja, ja!«, riefen sie alle. Am Tag des Schützenfestes bot Nottingham einen großartigen Anblick. Auf der großen Wiese vor der Stadtmauer waren Tribünen für die Ritter und ihre Damen, für die reichen Bürger und ihre Frauen aufgebaut worden. Nur Leute mit Rang und Namen durften dort sitzen. Auf den Sheriff und seine Gemahlin wartete ein Thronsitz mit einem Baldachin. An einem Ende der Wiese standen die Zielscheiben. Den Tribünen für die Edlen und Reichen gegenüber waren Barrieren eingeschlagen, damit das arme Volk sich nicht zu weit auf diese Wiese drängte. Die Schützen versammelten sich schon, prüften noch einmal ihre Bogen und Pfeile und unterhielten sich über Wettkämpfe, die sie schon gewonnen hatten. Die besten Bogenschützen des ganzen Landes hatten sich heute in Nottingham eingefunden. Zu ihnen gehörte Gilbert mit der roten Mütze, der die Schützentruppe des Sheriffs befehligte. Dicken aus Lincoln, Adam aus Derr und noch so manch anderer, von dessen Heldentaten und Schützenkünsten die Balladen berichten. Als Lords und Ladies, Bürger und Bürgerinnen, die Tribünen füllten, erschienen der Sheriff und seine Gemahlin hoch zu Ross. Beide ritten herrliche Schimmel, deren Zaumzeug und Schabracken von Silber strotzten. Der Sheriff war von Kopf bis Fuß in purpurrotem Samt gekleidet. Ein mit Hermelin besetzter Umhang wallte von seinen Schultern herunter. Um den Hals hing eine lange, schwere Goldkette. Seine Gemahlin trug leuchtend blauen Samt, der mit Schwanenflaum abgesetzt war, und eine Kette aus kostbaren Steinen. Es war wirklich ein prächtiger Anblick, wie sie so miteinander über den grünen Turnierplatz ritten, und die Leute jubelten ihnen zu. Als der Sheriff und seine Gemahlin auf dem Thronsitz Platz genommen hatten, trat der Herold vor und stieß dreimal in sein silbernes Jagdhorn. Die grauen Stadtmauern von Nottingham warfen das Echo zurück. Die Schützen traten an ihre Plätze. Als alles still geworden war, verkündete der Herold mit lauter Stimme die Regeln des Wettkampfes. Jeder Schütze schießt aus einer Entfernung von 150 Jagd einmal auf das Ziel. Dann werden die zehn besten Schützen ausgewählt und schießen jeder noch zweimal. Dann werden unter ihnen die drei besten Schützen ausgewählt und schießen jeder noch dreimal. Wer unter ihnen der Beste wird, erhält den goldenen Bogen. Inzwischen spähte der Sheriff schon aufmerksam über den Turnierplatz und hoffte, dass er in der Menge einen Jägergrün gekleideten Schützen entdecken würde. Aber er sah keinen und sagte sich, »Es sind zu viele, aber später, wenn nur noch zehn Schützen übrig sind, werde ich Robin Hood schon erkennen.« Die Schützen traten einer nach dem anderen vor. Als die erste Runde vorüber war und die zehn Besten ausgewählt wurden, gehörten sechs Männer aus Nottinghamshire dazu, die alle Leute kannten. Gilbert mit der roten Mütze, Adam aus Dell, Dickon aus Lincoln, William aus Leslie, Hubert aus Cloud und Swithin aus Hertford. Die anderen zwei waren Freisassen aus Yorkshire, ein gut gekleideter Bursche, der sagte, er sah aus London, und ein zerlumpter, schmutziger Fremder in einem roten Wams, der über einem Auge eine Binde trug. »Siehst du Robin Hood unter diesen Schützen?«, fragte der Sheriff den Leibwächter, der dicht neben ihm stand. »Nein, euer Gnaden, sechs davon kenne ich gut. Von den beiden Fremden Freisassen ist der eine zu groß und der andere zu klein, um Robin Hood sein zu können. Der feingekleidete Fremde in Blau ist ein Städter, das sieht man. Er ist längst nicht so breitschultrig wie Robin. Robin Hoods Bart ist so hell wie Flachs, aber der zerlumpte Kerl dort hat einen braunen Bart, außerdem ist er auf einem Auge blind. »Dann ist Robin Hood nicht nur ein Brigant, sondern auch ein Feigling, der es nicht wagt, sich mit guten Schützen zu messen,« sagte der Sheriff wütend.